Hallo Leute, ich von der Aalwurst bin nach Oberstdorff zur Sprungschanze genommen. Ich spreche euch auch gleich warum. Hast du Hunger, hast du Durst, stehst auf der Schanze und denkst an Aalwurst. Hast du ja, weil ich keinen Sprung nicht, der dich liebt. Da ist eine Aalwurst das Beste, was es gibt. Jawohl. So Leute, eigentlich wollte ich einen Matten-Sprung machen. Aber ich will dir mal fragen, vielleicht kann ich ja einen Vorspringer bei der Schanzen-Tournee machen. Da kann ich dir nämlich mal zeigen, wie so eine richtige Telemark-Landung geht. Versteht ihr? Passt nur auf. Ne, ihr wisst nur worum es geht. Tschüss, euer Kaster Schlacke. Oh, mein Rücken. Aalwurst das Beste, was es gibt. Lampen.